Ich hab keinen Bock mehr! Ja, aber du hast gar keinen Grund! Und sagst, ich bin Imposter! Lass mich diese blöde Karte swipen! Please! 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 Hey Leute! Was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir! Mit René und Claudio und Danja und Ja, Kahn und Danja, ne? Ja, cool! Danja will wieder gar nichts sagen! Doch, ich hab was gesagt! Es war einfach mein Mikro wieder stumm! Naja, Mikro war stumm! Hast du nicht gegessen? Kann einer von euch starten, bitte? Ich kann nicht starten! Ja, ich konnte es scheinbar! Und dann machen wir das auch! Irgendeine Challenge oder ganz normal? Ne, wir spielen heute wieder ganz normal Among Us und muten uns dann auch direkt dafür! Crewmate! Ich spiele nur Crewmate! Ich spiele kein Among Us! Mein Spieler ist Crewmate! Ich hör Claudio von drüben Ich hör Claudio von drüben und ich weiß, dass Claudio Ähm, Impostor ist! So, wir sind also leider wieder unschuldig! Also, erstmal wieder alle Tags machen! Das kennt ihr alle schon! Nein, 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 nein! Das spielt man eine Minute und schon hat vor allem erwischt! Und da liege ich jetzt! Aber wo ist er denn rausgegangen? Ich such mal die Leiche! Oh, Electrical liegt jemand! Das ist so da, schade! Oh! Oh! Electrical! Das hat ein paar erwischt! Claudio hat reportet! Ja! Also, ich kann Khan saven! Der war bei Reaktor! Ja! Ich kann auch grün saven! Sorry, aber ich sag self report! Also, du kannst Khan saven! Und wer noch? Dunkelgrün! Dunkelgrün! Ja, dann sind... Oh! Schwierig! I was locked! Where? Wo war er gelockt? Dark... Also, Khan! Ja, ich hab erst Danja im Verdacht aber! Nein, Danja war bei mir! Ähm... Ja, man kann ja easy rüberwenden! Nein! Bei der Tür war jetzt schon! Nein, 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 nein! Ich sag, äh... Für mich ist Claudio! Sorry! Das ist für mich ein self report! Jo! Da waren zu viele Leute bei uns unterwegs! Und es sind schon zu viele Leute weg! Ja, ich kann halt auch nicht... Ich könnte euch jetzt auch keinen Tipp geben, wer sein könnte! Danja hat sich halt vorhin im Verdacht, aber es macht irgendwie keinen Sinn! Rot... Also, ich glaube, Rot ist es auf jeden Fall! Und eventuell Panda Gamer! Also... Wenn ich jetzt raus bin, dann haltet euch dann Rot und dann Panda Gamer! Ja, Rot könnte es auch sein, weil der sagt gerade, der war bei Camps, aber da war er nicht! Ja, seht ihr? Okay! Okay, bis gleich! Okay, Claudio ist es immer noch! So! Und es bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer jetzt hier den anderen mal so ein bisschen hinterher zu laufen als Geist! Schauen! Okay, hier sind Kan und Danja! Och, komm schon! Ich komme aber auch gar nicht klar! Komm schon! Ja, Rot und Claudio! Ja! Ach doch nicht! Okay, das war eine sehr schnelle Sunde! Claudio, ich dachte wirklich safe, du bist es! Ich dachte auch Claudio! Aber schade, ich dachte doch richtig mit Rot und Panda Gamer anscheinend! Ja, stimmt! Ja, gut! Vor allem Panda Gamer, der hat doch nicht lange gefackelt! Sobald er dich gesehen hat, direkt zack! Und dann ist das schon weg! Ja, schade, hätten wir das mitbekommen, dass er gelogen hat mit Camps, dann hätten wir ihn großworten können! Ja, weil ich dachte tatsächlich Claudio! Hör mal auf, die ganze Zeit drüben im Studio zu schreien! Ich bin Crewmate, um mich irgendwie möglichst in eine Falle zu locken! Hörst du das? Ja natürlich, als ob du das nicht extra machst! Ja, aber calm! Mein Spiel heißt nicht Amontas, mein Spiel heißt Crewmate! So, auf geht's! So, ich hab mal andere Version! Okay, einer ist rausgegangen! You got tricked! Guck wie er lacht! Freut dich wohl! Crewmate! Ja, okay, diesmal hat er recht, dass er Crewmate ist! Ey, ich bin nur Crewmate! Ey, das ist echt nicht mehr lustig! Wirklich jetzt! So, ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt besser läuft! Jetzt gerade... Letzte Runde bin ich auch schon oben rechts ja gelangt, das lief nicht so gut für mich, aber wir versuchen es einfach nochmal! Lass mich diese blöde Karte swipen! Please! 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 Oh, calm! Die Vision-Task macht was, dass man sieht, wer schießt! Okay, jetzt laufen hier wieder die Beine rum! Genau die beiden waren gerade im Poster! Wäre ich jetzt aber auch vom Glauben abgefallen, wenn die schon wieder Imposter gewesen wären! Das war dumm, Kahn! Okay! War das Pink nicht Kahn oder Danja? Ja, Danja ist das! Hey! Wo denn? Rene kann ich ausschließen für den Kill! Aha! Äh, Panda Gamer kann ich ausschließen! Kahn würde ich auch ausschließen! It's Light Blue! It's Light Blue! Ja, guck mal der... Ja, jetzt sagt er, ich bin's! Als ob! Hast du eine Idee, warum der dich sagt? Jetzt frage ich mich! Aber wo ist denn die Leiche? Hallo Orange! Fragen wir den mal! Wo bist du, Kahn? Ja! Kahn, wo bist du? Ich war Richtung Reaktor gerade! Wo, wo bist du genau? Richtung Reaktor! Ja, aber du musst doch wissen, wo? Bist du in Steirish? Bist du vor Electrical? Bist du Lower Engine? Nein, wenn man von, ähm... Von Electrical zu Dings geht! Okay, okay! Zu, äh... Reaktor! Okay! Das heißt, ich vertraue... Ich skippe erst mal! Beziehungsweise, warte, warte, stopp! Also... Wer macht das gegen mich nochmal? Äh, Orange! Orange! Orange ist für mich auch ein bisschen sus! Ja, aber wohl, Rene! Also, Orange und, ähm... Ja! Das macht Sinn! Ja, sorry! Rene, hör zu! Kahn hat gesagt, er war vor... Also, er ist gerade auf dem Gang bei Electrical und Lower Engine. Und Orange sagt, die Leichte liegt in Electrical. Er hat es danach geschrieben... Ja, als ob der nicht Self-Report da dann macht. Ja? Ja, also, für mich ist das noch zu... Also, ich hab jetzt ihn gewartet, aber für mich ist das noch ein bisschen zu... Ja! Kahn ist raus! Kahn ist Imposter 100%, ich bin mir sicher! Ja! Witz! Warum machst du das, Mann? Ja, du bist Imposter, es tut mir leid. Ich mag dich aber. Ja! Ey! Ah! Kahn! Man hört dich hier schreien! Ich weiß, dass du es bist! Oh, nein, er kommt drüber! Er kommt drüber! Ey, ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr! Ja, aber du hast gar keinen Bock! Und sagst, ich bin Imposter! Weißt, warum? Und dann botest du mich noch raus, obwohl du vorher sagst, ja, ich weiß nicht! Doch, ich weiß, dass du es bist! Kahn ist sauer! Kahn ist sauer! Ja, tut mir leid, aber Claudio hat nun mal 200 Ikonen in diesem Spiel. Ich erklär euch das mal, warum ich es für Kahn gewartet habe. Was? Weil, ich hab ihn vorher gefragt, wo die Leiche liegt. Und bevor ich das getan habe, hab ich Kahn gefragt, wo Kahn ist. Und Kahn meinte, er ist electrical. Dann hat er gesagt, und er kann das ja nicht wissen, dass wir Kahn hören. Und dann meinte er, ja, die Leiche lag in electrical, also das macht Sinn. Hm. Ich frag mich trotzdem, wer der zweite Imposter noch ist. Das würde mich echt mal interessieren. Okay. Alle Tasks gemacht. Guck ich mir das hier einfach nur noch an. Ist geschehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir, wer der Imposter ist. Aber dann ist es auch schon zu spät. So, Claudio, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht mal eine Leiche siehst. Ah, das ist jetzt super doof, ne? Braun. Braun und rot schließe ich aus. Grün. Oh, sorry, ist groß geschrieben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dunkelgrün ist. Jetzt fliegt er raus. Oh, bitte, lass deine Panda sein. Nein! Nein! Wieso denn? Schnell den Code eingeben. 6, 2, 5, 0, 8. Komm schon, mach eure Tasks. Ja, es ist rot. Oh, ey, ich hätte sehen müssen, dass rot auch in Weapons gewendet ist. Ich dachte erst, er hat ja gar nach oben Downloads gemacht. Aber es ist halt wirklich rot. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Rot. Das ist so ärgerlich, dass ich ihn leider erwischt habe. Boah, ich hatte so Angst, dass er mich jetzt verfolgt. Bye, bye. 12. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, jawoll. Kahn, ey, wie dreist einfach von dir. Danja und René, Kahn ist in meinem Studio gerade gestirrt. Ich hatte Angst um mein Leben. Wirklich, der ist hier reingestirrt. Ich hatte Angst um mein Leben. Der entmütigt sich auch nicht mehr. Echt jetzt? Der ist sauer. Also, ich glaube, der ist weg. Der ist komplett weg hier. Ach nein. Also, er war wirklich sauer. Warum? Hallo. Hallo, ich bin wieder da. Oh, hallo, Kahn. Ich war kurz weg. Hast gerade wieder Claudio verprügelt? Nee. Nee, war ich kurz davor. Ich hatte Angst um mein Leben. Ihr glaubt es mir nicht. So, nächste Runde. It's Kahn. Boah, habt ihr das gerade gehört? Dieses, alles gut. Wieder Crewmate. Ey, Leute, bitte geht drüber zu Kahn und Danja und schreibt, Claudio spielt Crewmate. Ich wette, mich erwischt es jetzt in Elektrica. Mhm. Oh, okay. Okay. Also, ich bin am Anfang jetzt direkt zu Ding gelaufen, zum Reaktor. Und ich hab da meine Hand drauf gehalten. Ja, ich weiß. Und da war, ja genau, Claudio hab ich, glaub ich, gesehen. Aber ich hab halt nicht so viel gesehen, weil ich halt gewartet hab, bis jemand drauf drückt. Ja. Und ich glaube, äh, also, ich hab Hellblau noch gesehen unterwegs, aber ... Also, ich war in Navigation und hab da meine Tasks gemacht und hab nix gesehen. Ähm, Danja, du bist ja mit den allen Leuten runtergelaufen, oder nicht? Ja. Das heißt, äh, und er macht jetzt einen Report. Das heißt, du müsstest doch auch wissen, wer es war, oder? Mhm. Also, mhm. Wo bist du hingekommen, Danja? Nee, also, schon. Ich war auch dort, aber ich hab nicht mal ne Leiche gesehen. Also, ich hab Kahn nicht mal gesehen. Es war gerade, Electrical wurde zugemacht. Ja. Das heißt, es kann gut sein, dass er, äh, zu Electrical reingelaufen ist, dann zugemacht hat, Kahn gekillt hat und dann self-reportet hat. Das kann sein. Also, wen ich ausschließe, auf jeden Fall ist Danja hundertprozentig. Weil, Danja spielt nicht so, dass sie den Reaktor aktiviert und dann ihre Hand da drauf macht. So spielt Danja nicht. Das ist null IQ und das macht Danja nicht. Ähm, ich kann aber sonst nix sagen. Ich hab dann Simon Says Aufgabe gemacht und sonst nichts. Ich hab euch nur runterlaufen sehen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hab keinen getroffen, deswegen kann ich auch nix sagen. Also, pff, konnte theoretisch jeder für mich sein. Ja, self-report, glaube ich, ich skippe. Das macht für mich, ist noch zu früh. Ja, ich auch. Zwei, vier, sechs, sieben, sieben Leute. Okay, das passt. Wir können auch skippen. Ah, Moment mal. Ist jemand gequittet, weil er dachte... Ja, ich glaube, Gelb ist gequittet. Ah, okay. Stimmt. So, meine Freunde, natürlich bin ich Imposter. Schöne Grüße an Kahn an dieser Stelle. Okay. Nächste Runde. Und weiter geht's mit unseren Aufgaben. Die wollte ich sowieso gerade erst noch machen, bevor wir unterbrochen wurden. Das haben wir also erledigt. Jetzt noch einmal oben in die Cafeteria. Hier steht der Rote immer noch rum. Schon wieder Reaktor-Melddown. Boah. Weil, wenn man jetzt in der Mitte stehen bleibt, dann... Okay. Oh, René, die Ereignisse überschlagen sind. Ja, ich habe den Roten gefunden in der Cafeteria. Ich habe aber keinen gesehen. Das ist sehr schlecht, René, weil... Es sind alle, also wirklich alle gerade im Reaktor. Dann ja alle. Das heißt Self-Report, René. Das heißt Self-Report, René. Nein, nein, nein. Also, ja, ihr könnt es gerne gucken. Also, dann seht ihr, dass ihr falsch legt. Aber ich sage es nochmal als Argument. Wenn ich Imposter wäre und Self-Report gemacht hätte, dann hätte ich einen jetzt genannt, weil ich doch ganz genau weiß, dass mich das verdächtig macht. Wait, maybe. Wenn ich keinen sage. Ja, es ist halt dumm. Das macht einfach keinen Sinn. Also, da habe ich einfach überhaupt nichts von. Außer, dass ich die Wahrheit sage. So, das heißt... Ja. Das kann theoretisch noch jeder sein, aber ich bin es definitiv nicht. Aber René, das hast du auch vorhin schon gemacht bei Kahn und Daniel. Ja, genau. Und gerade hat es mir überhaupt nichts gemacht, weil gerade wurde ich erkannt als Imposter. Das ist schwierig. Was sagst du, Daniel? So, spätestens jetzt solltet ihr doch aus meinen Fehlern lernen und dann jemandem von sagen. Also, ich würde René rausboten. Ja, gut. Es tut mir leid, René, aber... Sorry, aber alle anderen waren gerade bei... Nein, das kann nicht sein. Doch, alle sind beim Rato. René, alle sind beim Rato. Das glaube ich jetzt inzwischen am wenigsten, dass ihr die beiden Imposter seid. Daniel und ich? Nee. Nein. Ja, aber einer von euch muss es ja sein. Mindestens einer. Nein, René. Aber, ähm, hellgrün bzw. Cian wird die ganze Zeit verdächtigt von den Leuten. Von orange, von braun. Kann auch sein. Der wird die ganze Zeit verdächtigt und der hat vorhin auch die Leiche reported, Daniel. Denk mal dran. Also, es könnten René und... Könnte auch sein. René... Aber der war mit mir halt vorhin auch unterwegs. Ja, René ist es safe. René ist es safe. Ja, ganz safe. Oh, okay. Was? Ist es nicht René? Sorry, René. Ich muss ja in die andere Richtung. Ah, ups. Oh. Nach dem Brett wieder auf. Oh nein. Oh nein. Claudio? Nein, ich bin es nicht, Daniela. Du bist es auch nicht, da bin ich mir sicher. Also, du kannst gerne jetzt auf mich gehen, aber es macht absolut keinen Sinn. Ich war bei allen dreien Kills nicht einmal in der Nähe, Daniela. Denk logisch nach. Du könntest gewendet sein. Nein, Moment, Daniela, Moment. Wie soll ich von Cafeteria, wo René meinte, dass er das ist, wie soll ich von da hin in den Reaktor wenden? Ich war mit euch. Denk logisch nach. Ja, ich weiß. Beim ersten Kill war ich es nicht, beim zweiten war ich es nicht. Für mich ist es Cyan jetzt. Ja, wohl auch die ganze Zeit gesasst. Es ist Cyan. Ah, ich weiß es nicht. Doch. Wir müssen einen rausfordern und Cyan ist der einzige, der verdächtig ist. Für mich hundertprozentig jetzt. Das ist so dumm, ne? Natürlich ist das nicht dumm, das ist nur gut für mich. So. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ah. Oh nee, jetzt ist auch noch das Licht aus. Und ich habe noch nichts Großartiges an den Tasten gemacht. Boah. So, also klar, dass einer, mindestens einer von euch dabei steckt. Ja. Ja, das war klar. Also mich hatte Braun erwischt, aber Claudio war für mich auch die ganze Zeit sass. Es ist, wie es ist. Will ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Das weiß ich auch nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Ja, aber ihr glaubt immer Claudio so schnell, das ist das Problem. Besonders du dann ja. Ja. Ja, es hat halt für mich grad Sinn ergeben. Ja, aber du glaubst immer Claudio. Ja, aber es hat halt Sinn ergeben wirklich. Das Dich im Post-Revent hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja doch, René. Du warst als einziger da. Nein. Doch. Ja, aber nochmal, dann hätte ich doch irgendjemanden genannt. Ja, ich habe halt Claudio gesehen vorher. Bad timing, René. Muss man einfach sagen. Und den Kill hab ich sogar gemacht, René. Ja. Ist ja okay. Weil alle waren im Werkzeug. Ich bin noch dazugekommen. Ja, dass du für mich gewartet hast, ist klar. Aber für Daniel... Ey Braun, ey. War ich nix suchen. Statt, dass wir die Runde schneller beenden und er einfach für Sian votet, er votet irgendjemanden anders. Sie hätten nur was gesehen. Kann wer... Ich sag immer noch, ihr vertraut Claudio zu schnell. Ja gut, ich war jetzt 10 Runden Crewmate und jetzt einmal Imposter. Nächste Runde? Jetzt werdet ihr mir die nächsten 10 Runden wieder nicht glauben. So... Jetzt wollte ich grad schon Imposter sagen. Crewmate bin ich. Gehen wir mal schauen, wer hier direkt Karte swipen geht. Khan braucht wieder sehr lange. Ja, macht mal hier Reaktor, Meltdown, Gedönse. White safe. Wer ist white? René ist white, oder? Wie kommt der jetzt auf mich? Es ist orange. Hast du dort? Also ich kann Khan safen, weil Khan war mit mir Karte swipen. Ich würde auch glauben, es ist orange. Es sind erst Reaktor gelaufen. Ich meine, da bin ich direkt reingelaufen, weil ich nicht alleine mit ihm sein wollte. Da bin ich raus gelaufen. Also es kamen auf jeden Fall ein paar Leute bei Reaktor raus. Also ich war wieder auf der anderen Seite bei Navigations, wo nur Grün mit mir gelaufen ist. Es macht sogar wirklich Sinn, dass es orange ist, Leute. Wirklich jetzt. Weil er war wirklich Reaktor. Ja komm, nee. Ich hör gar nicht mehr auf dich. Ja toll. Khan, das ist ne neue Runde. Du musst langsam vertrauen. Ja, trotz... Ja, nein. Tu ich aber nicht. Ich skippe erstmal. Limsas? Wer ist Limsas? Warum ist Limsas? Ja, weil er ohne Grund auf mich geht. Lim ist... Ist das nicht Khan? Nein. Nein, ich bin Sian. Ah, du bist Sian. Auch. Für mich ist es orange. Ich skippe erstmal. Ja. Nein. Der fliegt nicht raus. Warte, warte, aber er ist gequittet. Er ist 100%. Ich schaute jetzt. Er muss es sein. Er würde niemals quitten. Ja okay, steht aber... Jawoll! Ja, ein Impostor doch. Ja, dann ist er es. Gut, das muss aber immer noch nichts heißen. Claudio. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ey, ich raste aus. Jetzt funktioniert doch mal. Ich will doch auch einfach nur meine Tasks machen, Mann. Also... Okay. Also ich war Ewigkeiten gerade damit beschäftigt, meine Karte zu swipen, weil es vorhin schon nicht funktioniert hat und jetzt war ich immer noch dabei. Ich wollte gerade sagen, Danja kann ich relativ sicher safen. Green is safe. Green is safe. Er war mit mir bei Camps. Wir waren die ganze Zeit links. Also Green is safe. Also Lime. Ganz, ganz sicher. Ja, ja, hundertprozentig. Green, also Jack ist hundertprozentig safe. Er war mit mir links. In Camps und wir waren die ganze Zeit dort. Wo liegt die Leiche, Danja? Ich hab nicht reportet. Achso. Wer hat reportet? Braun hat reportet. In Nav. Okay, nee. Dann ist es 100% self-reported. In Navigation können green nicht sein. Wisst ihr wo? Weil, ich meine, Danja, du hast es ja gesehen, dass du mich jetzt hast. Das macht gar keinen Sinn. Außer der ist halt Imposter. Braun, are you sure they destroyed? Ja, also René war kurz mit mir bei Dingen. Aber du hättest natürlich auch gewendet sein können, ne? Ja, klar. Kann sein, aber... Nee, ich glaub das ist auch ein self-report. Weil, also, äh... Ja, hellgrün ist auf jeden Fall nicht. Weil wir waren die ganze Zeit links. Und wenn er sagt Navigation, dann ist es ein self-report. Wo war denn aber schwarz? Keine Ahnung. Ich hab niemanden gesehen. Ich war nur am Karte swipen. Aber hast du es wenigstens geschafft? Nein. Oh, dann ja. Ich hab keine einzige Task gemacht. Nein, wir verlieren, weil du die Tasken nicht schaffst. Ich weiß. So, René, ich hab dir jetzt... Wir haben dir vertraut. So, ich sag nicht, Braun ist es safe. Aber ich sag nur, ich bin's definitiv nicht. Hui. Ey. René! Ja, Claudio. Glaubt ihm einfach nicht. Okay, auf ein neues. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal mit der Karte. Komm schon. Was soll das? Yes. Okay, jetzt kommt Danja. Halt die vor, mich umzubringen. Warten wir mal ab. Nee, hat sie nicht. Nee, das hätte mich jetzt auch überrascht. Wenn die... Das ist so schlecht, René. Claudia, Claudio, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist so schlecht, René. Du kleines... Naja. Richtig fail. Und das Schlimme ist... Du musst jetzt gar nicht so tun. Wir wissen beide, dass du es bist. Aber das Schlimme ist, dass die Leute... Hä, René, wieso beschuldigst du mich denn jetzt? Ich bin es doch nicht. Du brauchst jetzt gar nicht so tun. Wir sind doch hier unter uns. Hä, René, nein. Ich bin es nicht. Warum beschuldigst du mich denn? Die schreiben not a chance. Ja, weil die keine Ahnung haben. Ich bin blöd. Ich bin gemein. Ich hoffe, ich drehe jetzt auch nicht gleich rüber in mein Studio. Ich habe keine Ahnung. Aber René, ich bin es wirklich nicht. Hast du jetzt wirklich... Ich habe es doch gesehen. Nee, ich bin es aber nicht. René, das macht keinen Sinn. Das ist echt... Wieso vertraust du mir denn? Keiner vertraut mir. Sie haben jetzt echt... Ich habe echt René herausgebootet. Gar nicht mehr. Ich muss noch Tasks machen. Viele davon. So, Freunde. Könnte ich auch schon in Stund... Mann, 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 Mann. Denn das wird jetzt ein easy win. Ey, das ist echt so ein frechter. Aber da hast du Glück, dass keiner mehr von uns da war, weil... So ein frechter. Ich hätte René geglaubt. Ey, wie frech grad einfach. Ich hätte René safe geglaubt. Wie frech das grad einfach war. Aber wenn du mit solchen Leuten zusammenspielst... Ja, aber guck mal, was erwartest du von einem? Er geht gegen seinen eigenen Teammate bei Orange. Perfekt. Ich will eine letzte Runde billig noch. Aber warst du... Ja, klar. Warst du als Geist dabei, wie Claudio dich gekillt hat? Nee, dich nicht, aber wie er René gekillt hat. Äh, sorry, nee, wie René das gesehen hat. Ist das richtig? Ey, das war grad wirklich... Das bin, nee, dreist. Und bitte, nehmt die Runde vom Vorhin jetzt nicht mit in diese neue Runde. Kannst du starten, René? Also, Claudio ist im Poster, kann ich jetzt schon mal sagen. Kann ich nicht starten? Claudio direkt aus. Leute, bitte, nehmt die Runde vom Vorhin nicht jetzt mit in... Ja, ja, nehmen wir nicht, nehmen wir nicht. Äh, ich würde dich einfach direkt nominieren, Claudio. Ich bin raus, Leute, ich bin raus. Ich bin Imposter, Khan. Hörst du mich? Wir sind Imposter zusammen mit Khan. Okay. Jetzt wird's spannend. Khan, ich werde dich töten. Hm. Wo bist du, Khan? Wuhu! Du wirst dran glauben, Khan! Khan! In... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Schippers! Ich hab Khan geprankt. Ah, Khan! Ah, das ist... Das ist... Das ist... Das war super. Okay, wo? Okay, oh. Oh, Claudio. Ich weiß es nicht, weil ich hab grad Tasks gemacht. Wer hat reportet? Ah, okay, orange. Also, ich weiß nicht, ob du da drin warst. Also, ich war grad bei Navigation. Ich war auch bei Electrical. Ja, Daniel, wir haben uns ja auch noch kurz gesehen. Puh. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist denn jemand SAS? Nicht wirklich. Also, ich hab, wie gesagt, nichts gesehen. Ich kann niemanden sassen. Also, ich glaube, orange. Ich glaube, self. Ich hab auch nichts gesehen. Das sieht mir nach einem Self-Report aus. Also, ja, normalerweise würde ich sagen, keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch wieder komisch, dass er ohne Grund auf mich geht. Ich sage, orange. Orange, das war mir ein bisschen zu schnell. Weil das, was er auch schreibt, ergibt keinen Sinn. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich skippe. Also, geht direkt mit bei, äh, dem anderen. Okay, Claudio kann zumindest nicht sein, weil er tot ist. Ja, das stimmt. Claudio raus, so war das eigentlich nicht gemeint. Vielleicht bin ich es ja doch. Okay, ich muss eigentlich jetzt orange erwischen, weil alles andere wird sonst schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, da war echt gute Runden heute dabei, bei uns auf jeden Fall. Zweimal ein Poster. Und einmal hab ich echt eine Karma-Schelle kassiert. Oh, Kahn ist echt gut. Kahn ist echt gut, der Imposter. Also, das muss man ihm echt lassen, das hat er echt drauf, also wirklich. Jetzt kein Rumgeschleim oder so, aber die Türen zuzumachen und dann jemanden umzubringen, das ist schon Next Level. Ich sag, guck mal, schon wieder orange. Ja, das ist ein bisschen sass, ne? Also, ich war auf jeden Fall mit, äh, René, René, also ich war, ich kann René noch nicht ganz zu 100 Prozent, äh, sagen das, aber wir waren bei, ähm, hier Lower Engine. Ja, 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 jetzt war genau, hast du schon recht, ganz am Ende. Also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was du da davor gemacht hast, aber... Ich weiß das bei dir jetzt auch nicht, aber... Daniela, wo warst du? Äh, ich war jetzt grade bei, äh, wie heißt das, Admin und hab grad die Daten ge-uploadet. Also, für mich ist orange sass, sorry. Ja, vor allem, also, das, das Ding ist auch, der schreibt, ohne dass wir was geschrieben haben, nimmt er schon darauf Bezug, dass er immer reportet. Ja, das find ich halt ein bisschen komisch. Und dann, dann noch in Kombination damit... Wo wart ihr nochmal? Äh, hier, ähm, unten Engine. Ich war Electrical und dann unten links, genau, Engine. Nicht Upper Engine, sondern... Aber dann hättet ihr auch relativ easy gewandet sein können von Mad Bay aus. Ja, das stimmt, das ist, äh, das kann sein, ja. Kann sein, aber... Aber ich bleib jetzt erst mal bei Orange. Oh, René, da ist mich überrascht. Oh! Yes! Ciao, Kakao, René. Das hab ich doch gewusst, ey. René hat einfach immer nach einem Alibi gesucht. Das war zu obvious. Das ist die Frage. Kann du auch? Fragezeichen. Hm. Nein. Nein. Wer hat mich gefunden? Heilenei, was ist denn hier los? Jo! Kann. Ja, alles klar. Alles klar. Kann. Ja. Du hast grad die ganze Zeit René verteidigt. Okay. Gut, okay, ich will wissen wieso. Why? Weil du... Ich will wissen wo. Weil ich war Richtung Admin. Und was wolltest du machen bei Admin? Ja, ich wollte... Ich wollte Richtung Download gehen. Wo warst du denn? Ich war gerade bei, äh, diesem Oxygen-Ding und wollte das machen. Weil das hättest du auch tun sollen, gerade wenn du in Richtung Admin unterwegs gewesen wärst. Nein, Admin, ich war doch in der Mitte, da wo du Richtung Cafeteria und Admin gehst. Wenn du... Ja, wenn du zu Admin gegangen wärst, dann wärst du dort hingegangen, um jetzt nämlich das Oxygen-Zeug zu machen. Ja, aber warum würdest du das Oxygen machen können? Ja, weil das gerade akute Notsituationen war. Na, verdammt. Warst du es? Ja, natürlich. Yes. Schade. Aber schlecht von euch beiden. Ne, das war nicht die gute Frage. Das war voll gut. Du hast doch gar keine Ahnung. Das war voll gut. Das war voll gut, Daniel. Du hättest sehen müssen, wie Karn ihn gekirrt hat. Karn hat die Türen bei Mad Bay zugemacht, hat ihn gekirrt und ist dann weggewendet. Oh, okay. Aber Karn, warum hast du ihn jetzt umgebracht? Du hättest ihn nicht umbringen dürfen. René hat dich verraten, Karn. Ja, leider. Ja. Womit hab ich das verraten? Ne, weil er so zusammengehalten hat. Ja, ihr habt so oft so... Ja, er war da und René hat auch jedes Alibi mitgenommen, was er kriegen konnte. Ja gut, aber es war ja auch, äh, 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 richtig. Also wir waren auch unter der Engine. Ja. Ja, tatsächlich. Kann schon sein. Kann halt genauso gut auch funktionieren. Ja gut, okay. Ja, es kann auch funktionieren, ja. Aber, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die letzte Runde nicht so gut lief. Ja, egal. Ihr habt ja lange durchgehalten. Das passiert mal. Immerhin. Ich hab zweimal gewonnen. Das ist die Hauptsache natürlich. Wenn ihr fandet, dass es auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, das kennt ihr alles. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder am Morgen spielen, oder? Yes. Ja. Ciao. Ganz genau. Ciao. Ciao.